Guten Abend zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel in der Admirer. Neben mir begrüßen darf ich Kapitän Maximilian Hoffmann und Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, wie immer das erste Wort gehört, dir. Woran hat es schlussendlich heute gelegen? Das ganze Spiel betrachtet ist es so, dass wir, glaube ich, erstmals die bessere Mannschaft waren, wo die anderen da eine Chance gehabt haben und kurz vor der Pause zum Glück, die DMSO verdient in Führung gegangen sind und haben dann natürlich gewusst, dass wir dann mit dem zweiten Tor, wenn wir zwei Törte rausgehen, aufs zweite Tor spüren, passiert dann der Ausgleich auch durch den Standard. Dann noch kurz ein bisschen, eigentlich gewankt es immer nie, weil ich denke, dass wir die weitaus bessere Mannschaft haben, dann haben wir dann auch noch zwei, drei Möglichkeiten gehabt, aufs 2-1 haben die vergeben und ich glaube, da liegt der Hund bei uns im Moment drin, dass wir eigentlich nicht so fokussiert sind, nicht so zielstrebig sind, nicht in der Chancenverwertung so genau sind wie vielleicht im letzten Jahr und das ist eigentlich der einzige Grund, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben und dann hinten raus sogar noch das Spiel verlieren, was eigentlich fast unmöglich war. Ich denke doch, dass wir ja weitaus die bessere Mannschaft waren und Admir hat natürlich die drei Punkte, das habe ich auch so öfter gesagt, es bedeutet im Vorspeln nicht, dass die bessere Mannschaft ein Siegerer Platz geben muss. Maxi, wie hast du das Spiel heute auf dem Feld als Kapitän wahrgenommen? Ja, ähnlich wie der Trainer. Ich habe eigentlich bis auf eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit, wo wir ein bisschen den Faden verloren haben, nie das Gefühl gehabt, dass wir da das Spiel aus der Hand geben oder gar noch verlieren. Von dem her ist es einfach komplett unnötig, eine verneidbare Niederlage. Ein Standard oder einen Freistoß kann man auch immer kassieren. Das ist einfach so, aber ich glaube, wir haben danach auch das Spiel klar dominiert und dann eben vielleicht im letzten Drittel die letzte Entscheidung oder der letzte Pass nicht zielstrebig genug gewesen oder eben auch die zwei, drei wirklich guten Chancen, die wir da noch gehabt haben, eben vergeben. Unter anderem auch ein Latten- und ein Stangenschuss und wie es dann will im Kriegstausend-Zeiten-Standard noch so ein Tor und dann verliert man die Partie. Also wie gesagt, eine sehr unglückliche, vermeidbare Niederlage. Vielen Dank. Ich darf jetzt um Handzeichen bitten, falls es Fragen gibt. Christian Hackl, wir bleiben da traditionstreu. Bitte aufs Mikrofon warten. Du, der Andi, der Herzog Andi hat auch gesagt, dass das Tor, du hast gesagt, das war ja das Führungsausgleich, weil ein günstigerer Zeitraum gibt es ja im Prinzip nicht. Aber er hat gesagt, für Sie war das auch günstig, relativ, weil es dann was tun machen müssen. Er weiß nicht weiter, nur auf ein 0-0. Sie waren hinterher, es hat sich irgendwas ändern müssen. Ich meine, nachher ist man immer gescheiter, aber kannst du das nachvollziehen? Das ist eine interessante Erklärung. Na ja, ich denke aber natürlich, wenn ich dann 20 bin, ist es leichter reden. Ich glaube, dass es ja nicht so war, dass wir dann im zweiten Tor weiteres besser im Spiel waren. Ich glaube, wir haben dann nach dem 1. Hans, haben wir ein bisschen den Foden fallen, aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, dass da jetzt irgendwas entstanden wäre. Aber es ist einfach so, wir hätten das zweite Tor nachlegen müssen. Ganz einfach und die Möglichkeiten waren da und das ist das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen muss, weil das Spiel war nicht so schlecht, aber wir haben schon weiter schlechter Spiele gemacht und haben gewonnen. Und heute war das Spiel eher besser und wir gehen als Verlierer am Platz. Aber da müssen wir uns an den eigenen Nosen bocken, natürlich. Der Fakt ist natürlich, ich sage auch immer, Leistungen besser, aber es ist halt nach sieben Runden acht Punkte und 13 Punkte Rückstand auf Salzburg und nächsten Sonntag Salzburg. ist halt nicht, was Gott will für ein toller Start, das muss man ganz einfach sagen. Wurschtet, es war eine Überbeanspruchung, jetzt war eine längere Pause. Es sind ganz einfach zu wenig Punkte, ich glaube, das muss man ganz einfach feststellen. Das hat jetzt mit dem, also ich glaube, wenn heute da irgendjemand gesagt hätte, der wäre müde gewesen, das hat man nicht gespürt von draußen. Aber ich denke, dass man mit der Punkte ausbaut, im Moment mit zufrieden, ist auch ganz klar. Aber ich denke jetzt, wir müssen es jetzt nicht so hinnehmen, wie es ist. Ich glaube, wir haben sich alle mehr erwartet und wir haben eigentlich ein Spiel, ein sicher geglaubtes Sieg, haben wir aus der Halle gegeben, der wir sagen. Und das gute Infos müssen wir, dass wir jetzt eigentlich wiederum schwere Aufgaben haben und dass wir uns da wieder zeigen können. Und das ist auch unser Ziel. Herr Rainer Bortenschläger, bitte. Stolkowicz, Ljubicic, was waren die Gründe, dass die nicht im Kader sind? Beim Stolki war es so, dass er ein Magen-Darm-Problem gehabt hat. Also das wäre sich wahrscheinlich nicht ausgegangen, nur mit einem Sackl möglicherweise. Das ist, glaube ich, im Profisport ist das sicher nicht das Allerbeste. Und beim Robert ist es so, dass er ein Problem mit dem Fuß gehabt hat und dass das auch heute nicht gegangen ist. Für Donnerstag aber beide ein Thema. Also ich gehe davon aus, dass beide im Donnerstag dabei sein können, weil es für uns schon wichtige Spiele sind. Aber nur mal, beim Stolkowicz bin ich 100% sicher und beim Robert auch gute Dinge, dass es klappen wird. Hast du erklärt dafür, warum man nicht diese einzelnen Chancen rausgespielt hat, wie man es in der Vergangenheit oft mit mir gemacht hat, auch in deiner Ära, dass man im Spiel, aus dem Spiel heraus dann doch Probleme gehabt hat, zu klaren Chancen zu kommen? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Chancen man jetzt ausspielen muss. Ich glaube, wir haben zweimal die Arme, die Lott, einmal die Stangen. Ich glaube, der Schick hat noch eine gute Chance gehabt. Ich denke, was ich jetzt gehört habe, das, wo der Herr Kelly die Gründe gekriegt hat, war anscheinend ein Foul. Ja, ist jetzt auch wurscht, aber ich glaube, wer da trotzdem gekriegt, würde ich mir sagen. Aber ich denke, es ist nicht so, dass man jetzt immer 20 Chancen hat, das spielt. Also ich glaube, von dem ist es herausgegangen. Mir ist wichtiger, dass die Mannschaft da eigentlich zu Chancen kommt. Das Einzige, was ich Ihnen vorwerfen muss, ist einfach, dass Sie nicht diese Zielstörigkeit haben, die, was wir vielleicht letztes Jahr gehabt haben. Und die muss schnellstmöglich wieder zurückkommen, weil sonst da werden wir Sie das öfter entsparen. Gibt es noch weitere Fragen? Thomas Tretzmüller, bitte. Und was kann man machen, dass diese Zielstörigkeit jetzt so schnell zurückkommt, vor allem jetzt im Hinblick auf das Gangspiel? Naja, natürlich ist es so, dass wir jetzt gehen können wir auch um eine weitaus schwierige Aufgabe, ich glaube, dass die schon über uns zu stehen sind und das macht es ja dann aus im Fußball. Also ich glaube, dass wir da natürlich eine Top-Leistung brauchen und im Fußball kann es natürlich schnell gehen, aber ich denke, dass wir speziell eben gegen kleinere, habe ich den Eindruck, dass sie einfach bemerken, dass wir klar besser sind. Aber klar besser bedeutet nicht, dass man dann das Spiel automatisch gewinnen muss. Also ich denke, wenn wir die Möglichkeiten haben, muss das zu einfach sein, das da zu machen und da fehlt mir im Moment bei den einen oder anderen diese Wünskraft oder diese Genauigkeit. Wenn alle Fragen somit geklärt sind. Nein, Alexander Huber, bitte noch. Abschlussfrage. Frage an den Kapitän, der Trainingsgut hat angesprochen, jetzt warten schwere Aufgaben. Wir kennen es natürlich, die Auslosung. Mit welchem Gefühl denkt man dann an die nächsten Tage noch so einen doch wahrscheinlich auch völlig überraschenden Heim-Niederlage, weil Genk und Salzburg ist ganz sicher schwerer noch als heute. Ist natürlich das Gute daran, wenn man so viele Spiele hat in kurzer Zeit, dass man nicht so lange nachdenken kann über Niederlage. Wir werden das morgen analysieren und dann geht es eben schon an den nächsten Gegner. Und wie der Trainer schon gesagt hat, die haben eine andere Qualität, also ist ein richtig starker Gegner. Könnte ich selber schon zweimal spielen haben können. Da brauchen wir eine richtig starke Leistung. Aber ich glaube, das haben wir heuer und in den letzten Jahren auch schon gezeigt, dass wir da auf jeden Fall im Stamm dazu sind. Aber ja, wir brauchen da einfach, wie der Trainer schon gesagt hat, mehr Überzeugung und einfach wieder im letzten Drittel vielleicht bessere Lösungen. Aber Donnerstagabend, volles Haus, es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer und wir freuen uns drauf. Und wie ich schon gesagt habe, das ist das Positive für den Abend, wenn es Schlag auf Schlag geht und die nächsten Wochen werden eben wieder intensiv und schwierig. Zum Abschluss noch für euch die Information. Der nächste Medien-Dermin in Hütteldorf findet kommenden Mittwoch statt, einen Tag vor dem Spiel gegen KZ Genk. Die Infos dazu folgen am Montag. 17 Uhr, BK.